Und sie gingen zusammen zum Tanz und ich... Autsch! Das tut weh! Oh, das ist ein übler Kratzer. Wir müssen die Wunde reinigen, damit sie sich nicht entzündet. Hier, ich habe immer ein kleines Erste-Hilfe-Set dabei. Das Wattestäbchen ist mit einem Antiseptikum gefüllt. Knickt die Spitze. Und das Antiseptikum fließt auf die Watte. Das reicht schon. Gleich geschafft. So, alles sauber. Das ist ja praktisch. Danke. Komm schon, wir müssen los. Nein, ich will nicht. Okay, Süße, du wartest hier. Mami muss sich noch ihre Schuhe anziehen. Wie sehe ich aus? Meine Haare, die sehen furchtbar aus. So kann ich nicht rausgehen. Nein, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Zeit für sowas. Was mache ich denn jetzt? Der Hut könnte helfen. Die Farbe steht mir wirklich gut. Die Zeit. Schnell, wir müssen los. Komm, mein Schatz. Komm mit, Mami. Guck mal, Mama, windig. Mein Hut, meine Haare. Guck mal, was ich habe, Mami. Los geht's. Nicht schon wieder. Ich kann das nicht den ganzen Tag machen. Zurück ins Haus, Schatz. Das macht Spaß, Mami. Das macht Spaß, Mami. Und niemand wird's. Und niemand wird's merken. Dieser Hut sitzt, egal bei welchem Wetter. Sieh lieber deine Jacke an, Süße. Das sieht so gut aus. Wir sind spät dran. Komm, wir gehen zum Auto. Funktioniert perfekt. Tolle Party. Ich liebe diesen Song. Uh, Cocktails. Oh, schau. Der Typ da drüben ist total heiß. Ist das nicht dein cooler Strohhalm? Und ich seh toll aus. Tanz mit ihm. Los. Oh, hey. Hi. Ich mag deinen Strohhalm. Danke. Tanz mit ihm. Dieser Song ist toll. Wow. Da wächst ja ein Busch unter ihren Armen. Wo ist der hin? Äh, du hast da ein paar Haare. Oh nein. Das ist so peinlich. Ich glaube, du brauchst auch ein Deo. Ich brauche nur diesen Bonbon. Nimm eine Kerze und einen Metalllöffel. Zünde die Kerze an und leg den Bonbon auf den Löffel. Warte, bis er geschmolzen ist. Rühr ihn um und achte darauf, dass er nicht anbrennt. Lass das dann etwas abkühlen. Und dann auf die unerwünschten Haare auftragen. Und so leicht hast du Wachsstreifen gemacht. Bin wieder da. Der Bonbon hat super funktioniert. Schau. Glatt wie ein Babypopo. Yeah. Wo ist jetzt der süße Typ hin? Also der Strohhalm, der war gebogen. Das war fantastisch. Langweilig. Wer braucht schon Männer? Okay. Holt eure Bücher raus. Schule macht so viel Spaß. Das ist so langweilig. Okay, Klosse. Passt auf. Im heutigen Test geht es um das Wort Zebra. Ich möchte, dass ihr es 20 Mal aufschreibt. Hier sind eure Testbögen. Ja, ja. Ich weiß, wie man Zebra schreibt. Bitteschön. Mal sehen, wer die Schnellste ist. Ich, ich. Ich liebe Tests. Z-E-B-R-A. Zebra. Ich bin gespannt, was der nächste Test ist. Hm. Z? Was kommt dann? Das ist schwierig. Haha. Du bist so langsam. Das ist so schwer. Ich glaube, das ist falsch. Ich kann mir Zeit lassen. Der Apfel sieht lecker aus. Ich kann das nicht. Damit wird es viel einfacher. Wenn ich die Stifte und Klebeband benutze. Ja, das sollte klappen. Zieh einen Streifen ab. Und kleb die Stifte drauf. Genau so. Dann klappst du es um. Und klebst die Stifte fest. Kleb die Stifte auch unten zusammen. Jetzt kann ich viel schneller schreiben. Das spart eine Menge Zeit. Fast fertig. Dieser Apfel ist so knackig. Wie kommst du voran, Loser? Nein. Das ist unfair. Warum esse ich den leckeren Apfel? Schnell. Zebra. Schreib. Äh. Ich glaube, ich bin fertig. Frau Lehrerin. Ich hab's. Ich bin Erste. Du bist ja eine ganz Schlaue. Gute Arbeit. Aber ich bin schneller. Das ist ungerecht. Hier hast du deine Stifte wieder. Ich hab Durst. Ich brauch was zu trinken. Ich trink noch schnell die Cola und geh dann zum Unterricht. Ich nehm sie einfach mit. Oh nein. Ich darf kein Essen oder Getränke mit reinnehmen. Was soll ich nur machen? Ich muss sie in meine Tasche stecken. Warte mal. Stift. Klatschnasses Buch. Mein Buch. Meine Cola. Das ist eine ganz schlechte Idee. Aber was soll ich machen? Die brauch ich nicht mehr. Wow. Die fang ich. Das ist mein Müll. Sonderbar. Vielleicht hilft mir diese Flasche. Das wird gehen. Nimm eine leere Flasche und schneid die Spitze ab. Und zieh sie dann über die Cola-Dose. Eine Cola-Dose mit Schraubverschluss. Und nichts schwappt über meine Bücher. Ich geh lieber zum Unterricht, sonst komm ich noch zu spät. Zeit für mein Frühstück. Was soll ich essen? Mein Favorit. Frosties. Hey, Nana. Du hast mich fast zu Tode erschreckt. Ich bin alt, weißt du. Sorry. Schau dir dieses Chaos an. Das wollte ich nicht. Schätze, ich muss das aufräumen. Was für eine Verschwendung. Das tut mir so leid. Lass es mich wieder gut machen. Aber wie? Ich weiß. Klapp den Deckel der Frosties-Schachtel um. Fest zudrücken. Schau mal, Nana. Keine verschütteten Frosties mehr. Wunderbar. Schau dir das an. Lass mich mal. Eine Falte hier. Ein Knick da. Hab ich es richtig gemacht? Hast du. Jetzt gib mir meine Chips. Nicht so schnell. Nana will die essen. Ein kleiner Spritzer Ketchup. Fertig. Hey Mama. Liebes. Ich hoffe, du wirst einen schönen Tag in der Schule haben. Ich hab dir Hotdogs zum Mittagessen gemacht. Oh, danke Mama. Sie kommen in die Brotdose. Vielleicht, wenn ich es drehe. Oh, das muss doch passen. Äh, Mama. Vielleicht lässt du das Hotdog weg. Ich schaffe das, Süße. Ist okay. Ich kaufe mir in der Schule was. Stopp. Komm zurück. Ich hab dir ein leckeres, nahrhaftes Essen zubereitet. Und du nimmst das mit. Ich hab's. Aha. Ein Müllsack ist ideal. Sei nicht dumm. Der Ziploc-Beutel reicht auch. Rein mit dir, kleines Hotdog. Hier, mein Schatz. Das ess ich nicht. Warum nicht? Oh, schon verstanden. Das Mittagessen ist ruiniert. Es sei denn, dieser Tortenheber ist genau das Richtige. Erwärme den Rand mit einem Feuerzeug. Nimm einen Ziploc-Beutel und zieh die erwärmte Seite in der Mitte lang. Und schon sind es zwei versiegelte Tüten. Perfekt für Hotdogs. Guten Appetit. Lecker. Danke, Mama. Hast du einen dieser Hacks schon mal ausprobiert? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Und denk dran, dieses Video mit deinen Freunden zu teilen. Abonniere auch unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.